Musik Wir engagieren uns in der Region Hannover, wollen Kinder und Jugendliche unterstützen. Wir wollen da viel mit meinem Hauptberuf natürlich Fußball machen, begeistern, mit Fußball miteinander zu kommunizieren, was zu lernen, was mitzunehmen und einfach helfen, dass sie gut und geregelt aufwachsen. Diese Möglichkeiten hatte ich alle, aber es geht bei weitem nicht allen so gut. Wir wollen den Kindern so viel wie möglich mitgeben, langfristig bis zur Berufsausbildung, dass sie dann eben gute Chancen haben, schon einen guten Erfahrungsschatz haben. Ich glaube, das gibt den Jungs sehr, sehr viel und da zweimal betreut zu werden in der Woche mit Essen, mit Hausaufgabenhilfe und mit Fußballtraining. Und wenn man die Entwicklung sieht, das ist einfach das Schöne, weil wir jetzt schon seit sieben, acht Jahren hier mit einer Projektgruppe arbeiten. Wenn man sieht, wie groß sie geworden sind, was sie gelernt haben, wie sie miteinander kommunizieren, das sahen wir ganz anders aus. Da haben wir einiges geschaffen. Wir wollen natürlich mehr Kinder noch unterstützen, die Berufswelt eben auch vorbereiten. Es ist eine Herzensangelegenheit hier in Hannover, das zu tun, dort wo ich auch aufgewachsen bin, wo ich beste Möglichkeiten hatte. Und da möchte ich mit meiner Person und mit meiner Präsenz eben was zurückgeben. Auf bald und unterstützt die Per-Märte-Sack-Stiftung. Es lohnt sich. Ciao.